moin moin und willkommen zurück zur weiteren folge resident evil für die switch in der letzten folge sind wir ein bisschen tumpicht umher gewandert haben alle möglichen sachen ausprobiert heute versuchen wir mal die letzten das letzte schloss zu finden für unseren schwertschlüssel und denn eigentlich müssten wir eigentlich mal bald alle türen geöffnet haben mit dem aber es scheint alles gefunden und wir proben jetzt mal aus ich habe ja schon ziemlich viel ausprobiert und wir hier aus und wir haben sie brauchen den schlüssel nicht mehr siehst du dass die letzte tür dass wir jetzt hier gefunden haben sogar noch gleich drauf kommen können naja egal jetzt mal weiter ok position haben wir noch genug wir haben den trich verwendet das noch reingehen wenn die drich verwendet haben hier draußen irgendwo also bekommen von dem gesprochen wurde hier mit die hundepfeife benutzen wir haben hundepfeife geblasen oder wieder ab ah ja okay ich dachte ich bin Ja, Mist. Nein, ich bin los. Ich bin los, Scheiße. Mal schnell. Ja. Ah. Jede Töhle. Wow. Wir nehmen nochmal hier eine Anwendung. So haben wir jetzt wieder volle Energie noch. Waffe nachladen. So. Was ist das hier? Das Halsband, wovon wir gelesen haben. Mitnehmen. Mal genauer an. Mal alles prüfen. Da ist ein Schalter betätigen. Ja. Eine Münze war im Halsband verbogen. Da ist eine Rüstung drauf. Das sieht aus wie ein Schlüsselkopf, würde ich sagen. Da fehlt uns das Gestänge noch zu. Aber das sieht auf jeden Fall derzeit danach aus. Warte mal. Kann man das vielleicht kombinieren mit dem? Okay. Aber das sieht auf jeden Fall danach aus. Mal gut für uns. Lassen wir uns aber hier weitergehen. Vielleicht gibt es hier doch noch irgendwas. Wir haben die Tür aufgeschlossen. Mal müssen wir auch da reingehen. Mal gucken auf die Karte, wo wir überhaupt sind. Okay. Wir kommen also theoretisch wieder ins Haupthaus rein. Die Hundefall brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr. Ja klar. Weg damit. Super. Versuchen wir da mal rein zu kommen. Da sind wir wieder im Haupthaus drin. Das macht ja nichts. Wir gehen gleich wieder raus. Die Einzeltür, die wir... Wollen wir auch mal ankommen? Wir gehen wieder raus. Denn wir wollen ja gucken, was hier draußen noch ist. Wird ja noch einiges finden sein. Wollen wir noch einiges finden? Wollen wir noch nichts zu finden? Wollen wir noch nichts zu finden? Wollen wir noch nichts zu finden? Ein Bunstglasfenster. Das muss dann in der Mitte eine Hexe. Wundert mich nicht. Dann gehen wir hier wieder rein. Mal hier jetzt mal weiter untersuchen. Hier drin war auf jeden Fall ein Zombie. Das weiß ich. Den haben wir schon schleichen gehört. Wollen wir mal auf den irgendwie... umgehen können. Ah umgehen nicht, aber... umgehen können. Hm. Dabei gehen wir hier hin vielleicht. Noch 1. 6. 1. 2. 3. 5. 4. und draus die kann man ja ganz gut abfackeln das machen wir jetzt mal wenn das kerosin nehmen und auf die verwenden wir die atmosphäre sie natürlich wieder auffüllen aber dann steht hier nicht mehr auf falls sie noch aufstehen sollten das weiß jetzt nicht das ist gar nicht machen aber sich jetzt sicher die tür ist verschlossen ein helm symbol ist eingraviert okay wir haben die tür aufgeschlossen okay wo geht es dahin die haben wir schon mal gesehen von anderen seite glaube ich glaube ich war für die empfiehlt genau zurück da mich auch mal runter gehen müssen ja irgendwie unser schlüssel vollständig unseren helm schlüssel rüstung schlüssel ich habe ich hier auch direkt einfach nur das feuerzeug verwenden kann geht das auch muss ich mal kerosin dabei haben ja runter und so habe ich auch noch und so müssen wir schon munition wieder suchen und das muss noch einmal hier rumliegen hier auch gleiche perfekt das hat sich erwartet aber das wirklich perfekt aber hier können wir kein kerosin erfüllen aber wir speichern das machen wir gleich mal kurz zur kiste gehen das ist doch mal das ding hier reinlegen ruhig also mir wird es noch brauchen gerade ein zervöltes bett hier gibt es verschiedene arten von serien viele haben eine sonderbare farbe machen wir auf jeden fall gleich irgendwie erwischt werden und dann war es das mal wieder nicht verkehrt das ist bestimmt der zombie draußen aber wenn wir jetzt rausgehen und vorstellen noch nicht er liegt noch doch hier längst gehen wir bilder hier gibt es nur putzmittel es riecht das angenehm er hat sich verwendet oder kann man ein cool die direkte richtig schon ganz praktisch die funktion die batterie pack mitnehmen effekt ist gewährleih mitnehmen jetzt haben wir keinen platz mehr oder doch jetzt defekte gewehr können wir natürlich da reinsetzen wo wir die schruttwende runtergenommen haben oder das andere gewehr auch mal hier kann man auch auf füllen das kann man das direkt so machen glaube ich das ist gut auch gleicher band kann auch immer gebrauchen okay gut würde hier rausgehen weil ich weiß nicht mehr wo der raum war mit dem effekt die wer das war da wo die decke runtergekommen ist danach müssen wir das reinstellen nur kurz gucken ob wenn ich den blöden zombie abfackeln sollten mit leicht zu beginnen ist er irgendwann mal ach verdammt das freut euch nicht mit was freut euch auch noch mal mit machen wenn sie anzünden kann die frage ob wir das ding hier lassen erstmal ist hier so eine stange da befinden macht vielleicht sinn oder ja da sind wir hier und machen das denn wenn wir was gefunden haben können wir es ändern ich will es nochmal holen das ist gerade jetzt trägt das ja gott sei dank ein schon gut für uns ganz clever dann voll stehen zu bleiben gut woher die tür ist verschlossen eine rüstung zu wohl okay gut da können wir jetzt nicht anfangen gerade gucken so ein maschinen mit tabak haben wir da kommen wir nicht durch das macht ja nichts denn wir können ja bestimmt hochgehen noch gleich weg fackeln so weiter die karte gucken wieder wo wir sind sind da und müssen ja dann wahrscheinlich anders hin wo müssen wir hin ist die frage okay und da werden Bluetooth da reingehen draußen jetzt raus zu gehen ok freundlich ich bin auch gesund oder sein kann dass ich so mitnehmen muss also gut wir haben ja das defekte gewähren was dabei genau zurückgehen m ich weiß nicht wo wir hin sollen den schlüssel können wir noch nicht fertig machen da fehlt uns noch irgendwas für das ist natürlich schlecht blut raus gut blut raus sehr gut lass mal zurück gehen also bin ich sicher aber ich glaube dieses schlüssel ding sollten wir mitnehmen weil ich müssen ja irgendwo mal sein gestänge dafür finden und vielleicht wirklich mitnehmen das ist wirklich blöd sobald ist der blick wechselt und meine kurz loslässt muss man komplett anders steuern dass wir schon doof gelöst so das nehmen wir noch mal mit also ich bin nicht hundertprozentig aber ich kann mir gut vorstellen dass es brauchen so rum weil das ist ja der einzige weg den nächsten schlüssel zu bekommen wir haben ja keine türen öffnen wir brauchen auf jeden fall noch ein schlüssel hier nicht hinten immer noch kerosin oder so hier 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 Ach, das ist ja jetzt Quatsch. Flüsselimitation. Okay, okay, dann müssen wir in diesen Raum, wo wir, wo dieser Schlüssel war. Wo war der denn? Wollt ihr mal drauf? Ist ja da, wo dieser Podest runterging? Das Podest runterging? Das war hier hinten, ne? Wo war das? Wo war das? Wo war das? War dieser Raum, wo man reingegangen ist? Und dann, wenn man zermatscht geworden wäre, wo war dieser Raum? Wo war der? Blöde, irgendwie. Das ist wirklich zu schwierig, sich da zurechtzuführen. Man müsste da irgendwie draufschreiben können auf dieser Karte. Das wäre cool. Naja, kommt vielleicht das nächste Mal. Auf mir gehen wir. Hier längs. Auf jeden Fall wieder zurück. Ich glaube, hier können wir auch durchkommen, oder? Na, gucken wir da nochmal. Da wo die Spiegel waren, oder? Da bin ich verkehrt. Ne, das ist der andere, aber das ist der Raum, okay. Ne, da war ich nicht. Wo waren der Raum, die wir gerade immer geöffnet haben, der uns zum Spiegelraum geführt haben, der war oben, ne? War oben, war da oben? Ich glaube schon. Okay, versuchen wir nochmal. Geh mal ordentlich. Jill, geh mal ordentlich. Mach mal einen Schuh hier. Ich hab' hier. So, guck mal, ich glaub' hier. War das, ne? Genau, ich glaub' das war da. Bin mir nicht hundertprozentig mehr. Ja, aber... Ich muss gut vorstellen, dass es da war. Genau, und hier ging's auch irgendwie... Irgendwohin. Oh, man. Oh. 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 Oh, nein. Oh. Oh. Ei, 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 ei. Ich muss den Kopf weggeflankt haben. Dann steht der Zimmern jetzt nicht mehr auf. Mann, ey. Wer denn her? So, ich muss mal kurz überlegen. War das hier irgendwo, oder war das? Ich weiß nicht, welche Tür das war. Wir gehen erstmal durch die Tür. Bin mir nicht sicher, welche Tür das war. Was war das denn? Diese Büste, die er da rammen wollte. Wo war das denn? Doch, hier. Genau. Okay. Wann haben wir hier nachgeladen? Wann haben wir viel Schuss für uns und ich Schuss? Nicht so viel. Aber da ist das genau. Haben wir noch Platz? Wir können hier mal was aufnehmen, wenn wir drauf. Ja, scheiße. Boah, es ist nervig. Das ist wirklich nervig mit dem Invertar scheiß. Man muss auch gucken, ob wir irgendwas ablegen können. Das ist doch blöde, immer, ne? Wir laufen, diese bescheuerten Sachen, die man rumschleppt. Ich glaube, das Spiel wäre wesentlich kürzer, wenn man so viel tragen kann, wie man will. Das war natürlich unrealistisch. So, warte mal. Verstehung. Boah, scheiße, ey. Ich muss jetzt mal rausgerannt sind. Denn wir müssen uns einmal heilen, glaube ich. Jetzt so sterben wir auch echt doof. Gut. So, pass mal auf. Also, wir lassen. Und das war hier. Das müssen wir einfach kurz mitnehmen. Das nehmen. Jetzt hätten wir Platz für den ganzen Scheiß. Und raus geht's. Hätte man noch mal speichern sollen? Ach, schau mal. Scheiße, ey. So, wir müssen den Spiegelhahniger den anderen Zorn wieder killen. Jetzt stehen die alle auf, die Zombies. Das ist ein bisschen. Ich geh einfach raus, von uns angreifen kann der Spacko. Ich sag mal so schnell, ne? Dann haben wir auch immer die Imitationen. Und wir haben einen freien Platz. Ich laden noch mal nach. Ja. So, jetzt geht's ab. Sehr gut, sehr gut. So, welchen Schlüssel haben wir denn jetzt da bekommen? Yes, den Rüstungsschlüssel. Perfekt. So, jetzt gehen wir. So, jetzt gehen wir. So, jetzt geht's de bug's Dob司. So, jetzt geht's. So, jetzt Fernland¿? Allesnäher, Zorn ist so gut. So. So, jetzt. so gut gut geschafft jetzt haben wir eine rüstung schluss jetzt kann natürlich eine rüstung für alles mögliche nutzen ob ich zumindest gesehen haben aber irgendwo wegen das wird gut sein durch ein roter schlüssel da also rote schloss da können wir mal reingehen das richtige mazine was er zu sehen oder die kommentiert sind die war von anderen seite verschlossenen dann hätten sie wohl okay und haben jahren händel haben wir nicht da war kein schuss meine jetzt suchen wir würden trotzdem dazu tun einmal zu speichern und dann werden wir in der nächsten folge den schlüsseln ausprobieren davon schon drauf das wird glaube ich ein highlight ja vielen dank fürs zuschauen bis dahin tschüss